Na, wird das jetzt Haus? Ja, Festungshaus und damit, hallo, da seid's. Und willkommen zurück bei Raymer 6 Siege. Was ist denn hier los? Das war letztens erst gemacht. Letztens. Büro, das kommt und dann... Mann, letztens. Ey, geh weg da. Mann... Brauchst du noch eine Schrotflinte? Ja. Na, dann gebe ich frei Achtung. Jetzt. So, erst drei von sieben. Mann, musst du mal mehr Schrotflinten-Eliminierung machen. Ja, ihr stellt euch ja nicht zur Verfügung. Komm. Ich sag, auf jeden Fall ist bestimmt bald wieder rosa. Lesion auch rosa? Äh. Schade. Ey, was hast du gegen mich? Nichts. Nur gegen die Farbe rosa, ne? Der hat bestimmt eine rosa Unterhose an der Lesion. Die farbe rosa zieht so... Die rosa Farbe zieht so an, die Kugel. Mhm. Fragt mal, äh, fragt mal die Grabschfrau, vielleicht hat die ja rosa Unterwäsche an. Nee, die hat schwarz. Die Bomben schützen. Oh, nee. Oh, nee. Was denn? Ein blöder Raum. Kein schönes Sohn. Kein schönes Sohn. Telefon. Schön für ein Kite. So mein Chef von der ganzen Festung her. So. Was? Fuck. Das Ding. Und Kali. Aha. Telefon. Komm, geh weg. Esch. Kali ist bei der Kanone, Hawkeye. Aber noch draußen. Hä? Schröpf-Linden-Heinz. Unter der Kanone ist ein Schröpf-Linden-Heinz, Hawkeye. Am gelben Ping. Fuse an der Kanone. Hihi. Schwere Lade kaputt. Ah, es ist Kali. Nicht Fuse. Oh, da sind zwei. Das ist nicht gut. Aber doch Fuse. Geil. Kapsel. Ash am gelben Ping. Oh, Bastard, sagt sie da. Ashy, Ash, komm her. Ash ist gut. Kanone. Ich weiß nicht mehr, wo die anderen sind. Scheiß. Also Kali war bei der Kanone am Fenster. Draußen. Zuletzt. Ein Gegner verbleibt. Ich guck mal, Kameras. Okay, scheint Baustelle zu sein. Da kam gerade eine Granate rausgeflogen. Baustelle? Baustelle, Turm, da hinten gelber Ping. Und alter Sieg. Missionserfolg für eigener Druck. Ich hab aber keinen Schrotflinten-Kill gemacht. Ich hab's doch mal mit der Schrotflinte. Geherschlag auch präsentiert, Terani. Die Bomben schützen. Das war ich nicht. So. Nähe. Genau gesehen. Was machst du denn von der? Schon wieder ein schönes Souvenir von ihr. Geht mir verwirren. Ja. Entsprechend planen. Lade nach. Böses Auge platziert. Lade nach. Böses Auge. Böses Auge. Böses Auge. Abstand. Ich will quasi abwischen. Wir denn hier. Eingang präpariert. Der Dunkel. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Ach und drei unten bei der Waschküche. Sophia, Esch und Hammermann. Immer noch zu dritt. Das ist in den letzten Schrottflittenkiss, Hockey. Komm da jetzt rein. Hallo? Jetzt bin ich eingebaut. Eine Hammam. Das ist zumindest ein Geräusch. Bösen Augen alle kaputt. Ach scheiße. Hammermann war nicht im Waschtüch. Leon oder Finca hatten sie. Die habe ich umscht. Maverick brennt auf. Maverick ist der letzte, der lebt. Ja. Ah, jetzt fahren wir mit Maverick noch. Keine Kameras mehr zu dir. Ich mache hier ein Päuschen, Seraphina, falls du gerade Zeit hast. Esch ist tot und da hinten ist auch der Entschärfung. Ich flicke dich ganz schnell wieder zusammen. Vorsicht, Maverick hat schon die dicke Wand aufgemacht. Danke. Nein, Splitter. Boah. Toll. Jetzt kommt da gleich noch jemand rein. Kamera, Kamera, Kamera. Der sieht dich rechts. Es ist nur noch ein Gegner übrig. Der war auch da. Guck doch, was du machst. Hast du den nicht gefehlt? Ja, da ist was. Ja, da war unten eine Kamera. Ja, aber der ist doch rechts über. Kann ich kaputt machen? Ja, später dann. Nee, als du ihn umgebracht hast. Ach, Junge. Mission gescheitert. Eignertruf neutralisiert. Ich weiß nicht, warum du da jetzt hinten mitmachtest. Ich weiß nicht, warum du da bist. Ich weiß nicht, warum du da nicht so wirst. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Ja, Mama ist auch sauber. Dann Kommandant oder Billardzimmer. Also Schlafsäle, um genauer zu sein, sind sie auch Schlafsäle. Ja, sind da Schlafsäle. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Noch 10 Sekunden. Einsatz sind 15. Mira. Mira haben sie noch. Bombe gefunden, gelangt zu ihrer Position und entscharfen sie. Das ist aber nicht Clash, Seraphina. Lappel ist sauber. Das Magazin fliegt vor ihm rum. Waffenflur ist auch sauber. Ich hüpfe mal unter. Kamera kaputt. Ich decke Treppe nach unten ab. Kapp keinen Schutz. Falsch. Vorsicht vor Matten und Minen. Oh Mann! Ich stecke weiter nach unten ab. Ich stecke weiter nach unten ab. Warte, wieso? Entschärfer wurde erneut gesichert. Na, dann kenne ich mal der letzte. Warte, 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 warte. Eine Willkommensmatte weniger. Werfe Blender! Elite Kärchenmann. Gerade gesagt. Es bleiben noch 10 Sekunden. Komm schon. Entschärfer ist er. Oh, was legt denn da ab, Mann? Das ist doch nicht dein Ernst. Ich renne zu spät los. Das kann doch nicht sein, Alter. Der war doch da an Decken, oder nicht? Ach komm, ey. Das kann doch wieder nicht sein, ey. Ich weiß nicht, wo er wieder hingerannt ist, ey. Der war doch da auf meiner Seite. Ich weiß nicht, wie ich kann, wenn ich die Zeit. Ich weiß nicht, wie ich die Zeit. Ich weiß nicht, wie ich die Zeit, die Zeit. wir müssen eine bombe aufspüren ja, Fros haben sie trotzdem Frau Frost. Mathe hinterm Schild. So was. Eine Batterie war das, glaube ich. Ganz schön lebensmittel, Fuse. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Aktiviere Drohne. Drohne aktiviert. Oh, da ist jemand. Mine. Dann ist da. Vorsicht, falls du dahin laufen willst. Kriegst du den hin? Na gut. Typ auch tot. Das war Kapkan. Billard geht das, glaube ich. Ich decke mit ab. Gang nach hinten. Achtung. Rocker weg, ich fuse. Strohsprengsatz einsatzbereit. Zünde Strohsprengsatz. Stoffe trat. Frau Frost tot. Wird es nicht mehr reinstecken. Ne, mache ich auch nicht. Mathe weg. Bombenentschärfung eingeleitet. Er deckt schon wieder nicht ab, dieser Bastard, Junge. Ach, das gibt's doch nicht. Letzter verbleibender Gegner. Ihr müsst zum Entschärfer gehen. Geh, guck nicht so lange. Ich muss nach Mien gucken, sonst sterbe ich. Mann, die sind doch da schon reingerannt. Was ist denn der? Andere Seite. Hat der nicht gerade noch entschärft? Ja, nicht. Das klang gerade so, dass wir den entschärfen. Guck links. Schafft er nicht mehr zu entschärfen. Ja, toll. Schafft er nicht mehr. Keine Zeit. Bombe entschärft. Mission erfolgreich. Auch noch spionieren. Ich hätte mich ja wenigstens aufheben können. An der Batterie anschließen können. Ja, genau. Wiederbelebungsversuch. Mhm. Ja, genau. Wir müssen eine Bombe aufschließen. Schlafsäle, wie es scheint, wieder. Zumindest rentt er oben her rum. Ja, da sind wir. Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Kapkan. Kapkan. Warst du oder nicht? Oh Mann. Einsatz in 5 Sekunden. Gelangst zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Sprüche in 5 Sekunden. Spüche in 5 Sekunden. Keine Miene am Fenster. Ist bloß der Störsender da. Treppe ist jemand. Ja, Treppe. Jawohl, er ist der Drohne gefolgt. Los? Ja. Oh, man den Kameras kaputt. Ja, da ist noch einer. Ich würde mal runterhelfen. Komm. An den Schörsender hin? Mach doch erstmal den Schörsender hin. Ja, Moment. Ich guck Treppe nach unten. Ja, lass der Kaffee hochkommen. Ja, Kaffee hoch. Warte doch, ich bin noch mit der Drohne. Ja, aber schon mal abdecken. Ja, bleib doch oben. Du kannst doch oben abdecken. Nee, hier ist besser an der Stelle, wo ich gerade stehe. Ja, geht alle drei vor. Ich steck weiter Treppe ab. Macht auch keiner. Ein Gegner verbleibt. Die Bombe wurde lokalisiert. Oh. Blups. Hat er kein Magnet gelegt? Ja, duyers Navig. Fair deed. Okay. Awesome. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ja du bist doch der mann aus floris wo wir immer genannt wurde hat er seinen mann mitgebracht weiß ich nicht hast du seine biografie nicht gelesen kann man gar nicht lesen warum sollte ich sowas lesen weiß ich ja nicht wirklich du musst doch wissen mit wem du das zu tun hast nicht wirklich ein hawk ein mörder augenlivia hauptschläft sommer melusi da ist alibi melusi serafina ägert pflanzen oh das schon offen vorsicht oben solarium schon offen oder knetraum naja ist ein hologramm das wir wahrscheinlich das hier ist auf dem dach nicht oder was drohne starten auf dem dach eine matte kaputt das muss echt gerade sein lademagazin mann fgs im einsatz magazin wechsel jetzt kümmern wir auf alle die gips bestimmt sogar gips macht die wand auf ich suche es mal ich glaube hinten in der ecke hawkei kümmern wir auf alle die gips das bin aber nicht ich was denkst du vielleicht den kopf muss ich nicht gleich verschlucken das war nicht ich so jetzt wirst du auf den armen emp mann schieben hast du beweise ja du hast doch gesehen dass ich emp mann dann gespielt habe aber der war nicht rosa ich habe nichts gesehen das war zu lachen ich bin zu ne ich webe nee ich webe Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was denn? Keine Damen, ihr wollt. Komm mit rein. Mann, das kann doch nicht sein. Wie kann denn der bitte die Granate da in der Ecke überlebt haben, alter, der eine? Das ist doch nicht... Greif ich nicht, alter, der kann nirgendwo anders hin, ey. Gummine gefunden. Wieder aus der Kamera raus, Junge. Eine Sprengladung? Das ist doch in den Schweißgeladen. Machst du bloß an den Seiten so ein bisschen. Euer Ernst jetzt? Ich nutze eine Granate nach rechts, da wo wir jetzt sind. Guck so ein bisschen drauf. Ich hab keine Granaten. Das ist natürlich nicht gut. Ella, komm her! Na, Ella im gelben Ping bei der Geisel. Okay. Oh, nö. Fünfzehn Sekunden. Zehn Sekunden übrig. Ah, passt. Fünf Sekunden übrig. Eigener Druck wurde eliminiert. Wir haben 2-0 geführt und dann kam Marek ins Spiel Ist natürlich überhaupt nicht ernst gemeint und Quatsch Und der Steuze-Norman hat echt eine komische Waffe Aber Geschmäcker sind verschieden und bis zum nächsten Mal Macht's gut Und tschüss